Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute habe ich für euch diesen Look hier, den ich gerade trage. Den habe ich gerade geschminkt und den gibt es heute. Den habt ihr ja auch angefragt oder habt ihr mich nach so einem bisschen düsteren, herbstlichen Make-up gefragt. Das ist einfach ein Look, den ihr natürlich, wenn ihr mutig seid, jeden Tag tragen könnt und wenn ihr darauf Bock habt. Ich würde damit eher auf eine Party gehen oder so. Oder halt, wenn ich mal einen ganz besonderen Tag einfach habe und mich mal ein bisschen schick zurecht machen möchte. Die Lippen sind natürlich ziemlich extrem, auch zu dem starken Augen-Make-up. Ich habe auch noch eine zweite Variante, die zeige ich euch gleich mit den Lippen. Und ja, aber ich wünsche euch jetzt erstmal ganz viel Spaß bei dem Tutorial. Ich nehme die devot. Danke, danke. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020